Diese Punk-Band gibt es oder diese Punk-Band gibt es nicht. Das kann ich. Feine Sahne Fischfilet. Gibt es. Gibt es nicht. Okay. Top, Digga. Ja. Korrekt. Column. Nein. Slane McRoth. Ja. Nicht korrekt. Oh, was? Wer ist denn Slane? Der hört sich an wie ein Harry Potter Charakter. Slane McRoth. Oh, ach so. Ach so. Ach, das ist der, Bruder. Oh, mein Gott. Ja, diesen Zwillinge halt. Bro, no joke. Ich habe schon so oft gesagt, aber immer wenn ich bei Dennis und Benni bin und ich rede mit einem von denen, weiß ich nie, mit wem ich von den beiden rede. Und da versuche ich immer Vornamen oder so zu vermeiden. Und dann sage ich so, zum Beispiel, ich habe auch so gevloggt da und dann wurde dann irgendwas runtergeworfen und ich habe nicht gesagt, Benni hat hier was runtergeworfen, sondern ich habe gesagt, hier wurde gerade eine Ananas runtergeworfen. Dicke, so smart, so smart gekervt und immer so, ey du, kurze Frage. Deswegen ist, ich bin echt trainierter drin, weil ich mir Namen nie merken kann. Nicht mal, wenn es halt normale Menschen sind. Zwillinge sind auch normale Menschen, ihr wisst, wie ich meine. Aber so und dann muss ich halt sowieso das immer so machen. Ich habe gekocht so viel geiler einfach, weil man einfach auch ein bisschen stolz ist auf sich selbst. Ah!